Aus dem Homeoffice ein kurzer Überblick zu den wichtigsten Maßnahmen, die von Bund und Land bisher aufgrund von Covid-19 getroffen wurden. Liquiditätshilfen Steuerschulden von Unternehmen können großzügig gestundet werden und Steuervorauszahlungen ebenfalls verringert werden. Über die jeweiligen Hausbanken können Unternehmen außerdem vergünstigte Kredite abschließen. Ab dem 26.03. sollen Liquiditätshilfen für kleine und mittlere Unternehmen in Hessen von 5.000 bis 200.000 Euro möglich sein. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass das Unternehmen weniger als 250 beschäftigt werden. Der Zinssatz soll 1,25% betragen. Auch die KfW bietet zusätzliche Kredite für Unternehmen während der Corona-Krise an.